Hallo und herzlich Willkommen zu Freidrehen, dem etwas anderen Coaching-Podcast von und mit Jana Mikkel. Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch herzlich zur 15. Folge meines Podcasts Freidrehen. Der Titel steht noch nicht, den werde ich mir heute noch ausdenken. Und ich möchte mich zuallererst wieder von Herzen bedanken für all das tolle Feedback, was zu meiner letzten Folge kam. Das Schönste für mich war ein Feedback, wo mir eine Klientin von mir schrieb, das hat ihr den Mut gegeben, jetzt einfach auch offener mal zu sagen, ich glaube, ich habe gerade eine depressive Verstimmung. Weil das ist genau das, warum ich das mache, eben dieses Stigma von dieser Disposition zu befreien. Es ist ja wie eine Erkältung des Gehirns und bei einer Erkältung des Körpers oder der Atemwege verheimlichen wir ja auch nicht, was mit uns los ist. Und wie ich auch in der letzten Folge schon sagte, ist genau dieses Verheimlichen nochmal ein Punkt mehr, der sehr viel Anstrengung kostet und der einzahlt auf die oder in die Negativspirale der Depression. Für mich war es auf jeden Fall nochmal wirklich auch ein Akt des Freidrehens, weil so offen bin ich noch nicht mit diesem Thema umgegangen und es hat mir gut getan. An dem Erscheinungssonntag vor zwei Wochen schickte mir Norbert einen kurzen Radiobeitrag von Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel Promis mit Depressionen. Und da berichtet die Moderatorin, die selbst von der Krankheit betroffen ist, dass sie sehr dankbar ist für die Offenheit der Schauspielerin, die eben in einem Interview öffentlich über ihre Depressionen gesprochen hat. Und Freunde von mir, die beim Deutschlandfunk arbeiten, sagten mir, dass es auch einer der meistgeklicktesten Beiträge war, was zeigt, dass das gemeinsame Menschsein oder sich zeigen, sich verletzlich zeigen, wichtig und gut ist für andere Menschen. Ermutigend, sich selbst auch zu zeigen, sich selbst auch zu zeigen und ihre vermeintlichen Schwächen nicht verstecken zu müssen. Und Mitte der Woche flatterte dann das Zeitmagazin Wissen in meinem Briefkasten mit einer neuen Reihe, der Reihe Die starke Seele, wohin mit dunklen Gedanken und Gefühlen. Ich scheine also am Puls der Zeit zu sein mit diesem Thema. Und neben dem längeren Beitrag von dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer gab es auf einer Seite auch eine kleine Kulturgeschichte der düsteren Stimmung und ihrer Gegenmittel mit dem Titel Gegen Depressionen helfen Wein, Sex, Brechmittel, Beten, Freud, Chemie, künstliche Intelligenz. Es kommt aufs Jahrhundert an. Und weil mir das so gut gefallen hat und es so schön zusammengefasst wurde von Corinna Hartmann, möchte ich hier jetzt draus etwas zitieren. Solange Homo sapiens von düsteren Gedanken heimgesucht wird, sucht er nach Worten dafür und nach Wegen, sie zu verscheuchen. Schon im alten Ägypten um 1900 v. Chr. verfasst ein Unbekannter die Gespräche eines Lebensmüden mit seiner Seele. Das Alte Testament berichtet von den depressiven Anwandlungen des Israelitenkönigs Saul. Was hilft ihm, sein Gemüt aufzuhellen? Musik In der Antike wird eine finstere, sorgenvolle Stimmung als Melancholie bezeichnet. Der Begriff geht wohl auf den griechischen Arzt Hippokrates, um 460 v. Chr. zurück, und bedeutet so viel wie Schwarzgalligkeit. Gemäß der Vier-Säfte-Lehre, die bis ins 18. Jahrhundert die Vorstellung von Krankheiten prägt, hält Hippokrates ein Übermaß an verfärbtem Gallensaft für den Ursprung anhaltenden Trübsinns. Als Gegenmittel verordnet er ein geregeltes Leben, gesunde Ernährung und Bewegung. Da würde ich sagen, das könnte um heute immer noch gelten. Zusätzlich kam da aber auch noch der Adalas und außerdem Brechmittel zum Einsatz. Das ist heute überholt. Gut ein halbes Jahrhundert später kippt die Expertenmeinung ins andere Extrem. Der Medicus Rufus von Ephesus rät um 100 n. Chr. zu Wein und Sex, um die Lebensgeister zu wecken. Ja, das ist auch eine Methode. Anders als in der modernen Vorstellung versteht man damals unter Melancholie mehr als bloß Schwermut. Die Niedergeschlagenheit kann auch in Raserei umschlagen. Ein Krankheitsbild, das wir heute als manisch-depressiv bezeichnen würden. Über die verschiedenen Formen der Depressionen habe ich ja in der letzten Folge auch noch mehr Inhalt geteilt. In der Antike gilt die Melancholie zudem nicht nur als Krankheit, sondern auch als edler Zug. Gemäß einer Schrift, die wohl von Aristoteles-Schüler Theoprast verfasst wurde, befällt die düstere Stimmung vornehmlich besonders begnadete Menschen, die ihre innere Zerrissenheit in meisterhafte Gemälde, Kompositionen oder Ideen verwandeln. Über die Künstlerseele habe ich ja auch schon mal gesprochen, die aus dem tiefsten Tiefen schöpft und in die höchsten Höhen fliegen kann und daraus auch Kreativität bezieht. In der Spätantike und dem frühen Mittelalter gewinnt die Astrologie immer mehr an Bedeutung. Neben der Viersäftelehre soll sie melancholische Anwandlungen erklären. Man ordnet die Melancholie damals dem Saturn zu. Aufgrund seines großen Abstands zur Sonne gilt er als lebensfeindlichster, kältester und dunkelster Planet. Sein böse Einfluss führt demnach zu einem Verlust der Lebensenergie. Jetzt kommen wir ins Mittelalter. Das habe ich ja schon in der letzten Folge zitiert. Im Mittelalter ist die Melancholie auch als Münzkrankheit bekannt, auch Trägheit genannt, ist neben Stolz, Neid, Geiz, Zorn, Wollust und Völlerei eine der sieben Todsünden und wird als Werkzeug des Teufels verstanden. Sie bringt die Mönche dazu, ihre religiösen Pflichten zu vernachlässigen. Als Gegenmittel gilt Beten und Arbeiten. Also Sinn gegen die Sinnlosigkeit. Martin Luther, 1443 bis 1546, der selbst ab und zu von schwermütigen Launen heimgesucht wird, sieht den Humor als Heilmittel gegen die Melancholie. Witz und Komik helfen ihm, die dunklen Gedanken zu vertreiben. Zum Trost empfiehlt er außerdem angenehme Beschäftigungen, wie Jagen, Reiten, Essen und Trinken, sowie gute Gesellschaft. Da kann ich mitgehen. Bis auf das Jagen und auch das Reiten. Aber nur aus Mangel an Fertigkeit und Gelegenheit. Auch dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, 1813 bis 1855, ist die Lebensangst nicht fremd. Er hat einen depressiven Vater und verliert bis zu seinem 22. Lebensjahr fünf seiner sechs Geschwister. Für ihn ist Melancholie kein medizinisches Problem, sondern fester Bestandteil der menschlichen Existenz. Seiner Verlobten will er seine Traurigkeit nicht zumuten und trennt sich von ihr. Andererseits schätzt er seine düstere Seite als treibende Kraft hinter seiner Arbeit. Er plädiert dafür, sich angesichts der Abgründe des Lebens dem demütigen Glauben zuzuwenden. Nun zu Freud. Der Wiener Nervenarzt Sigmund Freud beschreibt den Trübsinn in seinem Werk Trauer und Melancholie 1917 als tief schmerzliche Verstimmung, bei der das Interesse an der Außenwelt verschwindet. Seine Theorie? Mit der Trauer verarbeiten wir einen Verlust, etwa den Tod eines geliebten Menschen. Diese seelische Arbeit beschäftigt das Ich so stark, dass sonst nichts mehr geht. Die Melancholie hingegen erscheint ihm rätselhafter. Anders als dem Trauernden ist dem Melancholiker nicht bewusst, was er eigentlich verloren hat. Oder ihm ist zumindest die Bedeutung des Verlorenen unklar. Melancholiker seien außerdem von Selbsthass geplagt. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden. Bei der Melancholie ist es das Ich selbst, schreibt Freud. Der Zorn, den der Melancholiker aus ihm nicht verborgenen Gründen nicht auf die Person, der er gilt, richten kann, verwendet sich unbewusst gegen das eigene Ich. Die Lösung? Der Mensch muss die dunklen Ecken seines Wesens ausleuchten, bis er auf den Ursprung seiner Zerrissenheit stößt. Das ist das, was ich mit größtmöglicher Bewusstheit bezeichne oder auch in den Keller gehen und Licht anzünden und die Schatten nach und nach hervorholen und sich ihnen widmen, mit ihnen arbeiten. Gelingt das, kann der Mensch die zerstörerische Kraft seiner unbewussten Triebe konstruktiv nutzen, sagt Freud. Heute spielt der Begriff der Melancholie kaum noch eine Rolle. Die internationale Klassifikation der Krankheiten ordnet Phasen von Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Antriebsmangel, alles Anzeichen für die Depression, der Depression zu. Psychopharmaka und verschiedene psychotherapeutische Methoden sind heute die Mittel der Wahl. Was bringt die Zukunft? Das fand ich recht erschreckend tatsächlich. Einerseits mehr Pharmazie, andererseits mehr Reden, aber nicht mit Menschen. Dank künstlicher Intelligenz sollen digitale Therapeuten entstehen, die immer verfügbar sind und flexibel auf alle möglichen Leiden reagieren. Die Sensorik von Smartwatches würde die emotionale Erregung der Kranken messen und den digitalen und echten Therapeuten Feedback geben. Hier nochmal Danke an die Journalistin Corinna Hartmann, die das so wunderbar zusammengefasst hat. Nachzulesen in Zeitwissen Nummer 3. So eine künstliche Intelligenztherapeutin oder Therapeut würde natürlich in Pandemiezeiten alle Probleme lösen. Aber es ist ja gerade die Begegnung und die Berührung, die uns fehlt. Also eine gruselige Entwicklung aus meiner Sicht. Es scheint so zu sein, dass Menschen mit psychischen Herausforderungen sich leichter in Krisen zurechtfinden, denn sie sind krisenerprobt. Ich habe zu dem Thema mit mehreren Menschen gesprochen, die auch unter depressiven Episoden leiden und wir haben gemeinsam gescherzt, dass jetzt endlich mal alle Leute wissen, wie es ist, in einem Ausnahmezustand zu leben oder zu sein. Auch scheint es gesellschaftlich leichter geworden zu sein, über seine Gefühle eine wahre Auskunft zu geben. Wenn ich zum Beispiel meine Nachbarn im Treppenhaus treffe, gibt es mehrere, die wirklich sagen, ja, es geht mir gerade beschissen. Ich kann nicht mehr. Das war vor über einem Jahr anders. Die allgemeine Krise scheint also mehr Verletzlichkeit zuzulassen, was, wie ich finde, eine sehr positive Entwicklung ist neben all dem Negativen. Doch sind wir uns bewusst, was neben den ganz offensichtlichen Auswirkungen der Pandemie, wie weniger Freiheit, weniger Ausgleich neben dem Arbeitsalltag, dieser Ausnahmezustand, diese Zeit in uns triggert? Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser hat eine, wie ich finde, sehr interessante These aufgestellt. Er sagt, dass es um Angst geht. Und zwar gibt es drei widerstreitende Ängste, die uns befallen können in dieser Zeit. Alle Ängste sind berechtigt. Für alle Ängste gibt es reale Entsprechungen. Menschen sind an Viren, Diktaturen und Armut gestorben im Laufe der Geschichte. Das ist in unserem kollektiven Bewusstsein als Familie der Menschen gespeichert. Und auch hier ist es wieder wichtig, sich bewusst zu machen, ich habe Angst. Und ein weiteres Gebot der Achtsamkeit zu beobachten, die Angst kommt und die Angst geht. Sich nicht identifizieren mit der Angst, sondern die Angst beobachten. Bei sich und auch bei den anderen. Und die Ängste nicht weiter zu provozieren. Wenn wir lernen, uns selbst zu beobachten und zu schauen, welche Angst habe ich? Und dann einzuschätzen, wie groß ist diese Angst? Ist schon viel gewonnen. Stellen wir uns eine Diskussion vor zwischen einem Menschen mit einer sehr großen Virusangst, der dafür plädiert, dass es noch einen härteren Lockdown gibt und noch mehr geschlossen wird und wir alle zu Hause bleiben sollen. Und dann einem anderen Menschen, der eine sehr große Angst vor Armut hat. Der dafür plädieren wird, dass die Wirtschaft kaputt geht, dass viele ums Überleben bringen, auch die Künstler ihrem Beruf nicht nachgehen dürfen. Und auch all die Hilfen, die jetzt ausgezahlt werden, irgendwann ja von den Steuerzahlern wieder getragen werden müssen. So eine Diskussion ist zum Scheitern verurteilt. Und es ist wichtig, immer zu sehen, der andere Mensch ist auch ein Mensch und jeder Mensch hat Ängste. Es ist nicht ideal, zu denken, meine Angst ist die wichtigste und deine Angst ist bescheuert. Also Bewusstheit darüber herzustellen, wer hat welche Angst. Und jede Angst ist begründet. Die Familie der Menschen hat zur Zeit unterschiedliche Ängste und das spaltet. Ganser empfiehlt den Blick nach innen. Welche Angst habe ich? Ah, ich habe das und das gesehen oder gehört und das hat mich beeinflusst. Und dann wieder, ich bin nicht die Gedanken, ich bin nicht die Gefühle, ich bin das Bewusstsein, in dem diese auftreten und wieder vergehen. Und dann bekommst du Distanz zu deiner Angst. Und kannst auch spüren, dass sie manchmal stärker wird und dann auch wieder abnimmt. Für mich war das so erhellend, dass ich das wirklich jetzt für mich und mein Umfeld in der Betrachtung, in der Umgang mit der Pandemie immer mit einbeziehe. Und das ist wirklich sehr, sehr schnell offensichtlich. Und jeder hat seine Geschichte. Bei mir ist es ganz klar die Angst vor Armut, aber die ist nicht allein geboren aus der Pandemie, sondern weil ich immer eher im Mangel gelebt habe, schon familiär gesehen. Ich beobachte aber auch viele Menschen, gerade hier in Berlin, die eine Ostsozialisation erfahren haben, dass da eine ganz große Angst vor Diktatur herrscht. Und dann gibt es Menschen mit der Herausforderung, hypochondrisch zu sein, also generell eine große Angst vor Krankheiten zu haben, ob real oder irreal. Und für die ist es jetzt natürlich der absolute Horror, diese Zeit. Und wenn sich dann diese drei Menschen unterhalten, dann kann man nicht auf einen grünen Zweig kommen, wenn man nicht auf die Metaebene geht. und Mitgefühl füreinander entwickelt. Und respektvoll mit den Bedürfnissen des Anderen umgeht. Und natürlich auch respektvoll mit den eigenen Bedürfnissen umgeht. Aber dazu muss man diese erstmal wissen. Und da schließt sich wieder der Kreis, sowohl bei den Bedürfnissen als auch bei den eigenen Ängsten. Ich bin sehr froh, wieder raus zu sein aus der Depression und das habe ich unter anderem auch durch mein Fortbildungswochenende geschafft. Genau vor zwei Wochen bin ich in das dritte und letzte Jahr meiner Fortbildung zur integrativen Körperpsychotherapeutin gestartet. Und es war einfach wunderschön, mal wieder im Gruppenkontext zu sein. Wir haben uns alle vorher testen lassen und dann war es möglich, auch mal wieder Berührung zu riskieren. Gemeinsam zu meditieren, Körperübungen zu machen. Ich habe EMDR gelernt und damit bei mir selber ein Großthema aufgelöst, was sehr schön ist, nämlich die Angst vom Fallen. Wenn ich geistig durcheinander bin, dann stürze ich. Das habe ich jetzt noch mal wirklich so herausgefunden. Ich bin schon öfters dann vom Fahrrad gestürzt, bin auch mal vom Auto angefahren worden und auch, wie in der Folge When Shit Hits The Fan berichtet, sogar beim Joggen gestolpert und gefallen. Und wenn das passiert, dann ist es nicht ein Fallen und ich stehe auf und gehe weiter, sondern meistens verletze ich mich dann und brauche Zeit wieder zu heilen. Und diese Zusammenhänge herauszuarbeiten und dann auch im Körper ein neues Muster zu implementieren, wurde möglich an diesem Wochenende. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. und spüre es jetzt schon beim Fahrradfahren, dass ich nicht mehr so einen großen Respekt vor jedem Bordstein habe, der des Weges kommt. Ja, es hat einfach gut getan, sich wieder zu verbinden, mit mehr Menschen zusammen zu sein als mit einer Person. Und da ist wirklich meine Seele wieder aufgeblüht. und schon am zweiten Tag fühlte ich mich wieder angebunden, verbunden mit mir, aber auch mit Mutter Erde und dem großen Geist. Das machen wir da immer. Es ist auch sehr spirituell angehaucht. Es ist eine, ein Ort, wo diese Seite meiner Persönlichkeit genährt wird und das schätze ich sehr. Ja, und sehe da, am Montag war die dunkle Wolke mal wieder weitergezogen und seitdem forsche ich wieder. Wie ist das diesmal passiert? Was war der Auslöser? Kann es ganz klar sehen und benennen und habe einmal mehr und das ist jetzt ein ganz konkreter Tipp an dich, wenn du mal von einer dunklen Phase oder gar einer dunklen Nacht der Seele beschattet wirst, oder auch nur eine depressive Verstimmung hast, versuche, wenn irgendwie möglich, dir bewusst zu machen, dass dann die Depression von dir Besitz ergriffen hat und du nicht mehr ganz du selbst bist und dir auch dein Urteilsvermögen nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung steht. Was ich sagen will, ist, triff in diesen Phasen keine irreparablen Entscheidungen. Das ist wirklich ein richtiger Tipp, den ich jetzt mal gebe. Ich halte ja immer nicht so viel von Tipps, aber das ist jetzt mal einer. Und das habe ich auch wieder festgestellt, ich habe eine ganz kleine Entscheidung gefällt während der Zeit, weil ich so entkräftet war, habe ich mich gegen die Fortführung meiner Human Design Reise entschieden und als ich wieder aufgetaucht bin, dachte ich, Moment, aber das ist doch eine große Leidenschaft im Januar gewesen und sollte doch auch mein Hobby sein in diesem Jahr und wer weiß, wo es noch hinführt, weil fürs Freidrehen ist das Human Design wirklich einfach gigantisch herauszufinden, was ist mein Design und das dann auch zu leben. Und als ich dann wieder auftauchte, habe ich gleich Kontakt aufgenommen zu der lieben Barbara, die ich auch schon zum Podcast Gespräch zu mir eingeladen habe, mal sehen, wann es stattfindet. Barbara Peddinghaus von der Human Design Academy. Und es war eigentlich schon längst ausgebucht, das wusste ich auch, weil sie mich darauf hingewiesen hat zwischenzeitlich und ich habe gesagt, nein, ist gerade alles zu viel, ich mache doch nicht weiter. Und dann habe ich sie kontaktiert und sagte, wie sieht es aus, gibt es noch ein kleines Schlupfloch, durch das ich schlüpfen kann? Und dann sagte sie, Jana, letzte Woche hat jemand abgesagt und ich habe den Platz noch nicht neu vergeben. Jetzt weiß ich auch warum. meistens sorgt das Universum dann doch auch für uns, dass die Sachen so kommen, wie sie kommen sollen und wäre es jetzt nicht möglich gewesen, hätte es auch seinen Sinn gehabt. Aber ich habe auch schon mal größere Dinge versucht, kaputt zu machen, wie zum Beispiel meine Beziehung zu Norbert in den Anfängen, weil ich einfach mit diesem Glück nicht umgehen konnte. habe ich ganz viele Bomben reingeworfen und er hat immer gesagt, ja, ja, du bist gerade in einer Krise, unsere Zeit kommt, ich bleibe mal einfach hier in der Peripherie und als ich da dann wieder aufgetaucht bin, konnten wir anknüpfen. Aber das könnte ein Thema für eine neue Folge sein. Und so werde ich jetzt für heute erstmal wieder schließen und mich noch ein bisschen meinem Bällchen, meiner Katze widmen, denn ich habe das Gefühl, dass im Mai vielleicht wirklich der Abschied ansteht, was mir ja, die Tränen. Sie liegt gerade auf meinem Schoß, vielleicht hört man auch ein Schnurren, schon steht sie auf. Also, ich danke dir wieder für deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, dein Ohr, dein Zuhören und dir danke ich auch. Und wenn du in der Zwischenzeit zur nächsten Folge noch mehr von mir mitbekommen möchtest, ich habe jetzt doch angefangen, recht regelmäßig auf Instagram und Facebook zu posten. Ich freue mich, wenn wir uns dort vernetzen, schau mal vorbei, einfach unter Jana Mikkel und lass mir gern den ein oder anderen Kommentar da. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Dreh dich frei. Deine Jana Deine Jana